Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man solch ein Cupcake oder Muffin, kleines Törtchen, häkeln kann. Dazu brauchen wir eine Baumwolle. Das ist eine 100% Baumwolle, 50 Gramm, etwa 115 Meter. Die eignet sich sehr gut dazu, weil sie stabil ist und nicht elastisch. Die gleiche nochmal in Rot und in Gelb. Füllen tun wir den Cupcake mit solch einer Füllwatte. Dann brauchen wir noch eine große Nadel und eine Häkelnadel zwischen 3 und 4, also eine 3er, eine 3,5er oder eine 4er, was ihr zu Hause habt, das steht auch hier drauf auf der Bandarola. Gehekelt werden die Cupcakes, die Muffins, in zwei Teile. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, den Geburtstag Cupcake mit der Kerze. Zuerst machen wir den Boden und dann sozusagen die Sahnefüllung hier oben. Und dazu nehmen wir als erstes die Rot und fangen uns fünf Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die schließen wir zu einem Ring. Wem das zu schnell geht, ich habe auch eine kleine Häkelschule und da wird das ganz, ganz, ganz lange und einfach erklärt. So, wir haben das zum Ring geschlossen. Jetzt machen wir eine Luftmasche. Und dann machen wir zehn feste Maschen in den Ring. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und schließen dann mit der ersten Reihe, in der ersten Luftmasche oder festen Masche, wie ihr wollt, mit einer Luftmasche. Wir ziehen uns noch eine Schlaufe und die erste Schlaufe geht durch die hintere Schlaufe. Das wäre jetzt der Anfang. Jetzt machen wir eins, zwei Luftmaschen und jetzt machen wir wieder eine feste Masche und in die nächste zwei. Das ist jetzt immer abwechselnd. Jetzt müssen wir auch schön in die feste Masche stechen, nicht in die Luftmasche, in die feste Masche. Und das machen wir jetzt abwechselnd. Wir nehmen jetzt zu, damit wir einen schönen Kreis bekommen. Also wir haben erst eine, dann zwei. Eine und zwei. Eine und zwei. Eine und zwei. Das machen wir so lange, bis die Reihe beendet ist. Die weitere Reihe, wir machen wieder die Luftmasche und jetzt müssen wir zwei feste Maschen und die nächste zwei in eins. Also eins, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, eins, zwei. Nochmal. In die erste, eine. In die zweite, eine. In die dritte, zwei. Dann wieder in die folgende, erste eine. Eine, zwei. Eine, eine, zwei. Eine, eine, zwei. So, dann haben wir noch hinten eine. Eine, unten beenden die Reihe wieder. Ziehen da eine Schlaufe heraus und die durch die hintere. So, wieder eine Luftmasche. Jetzt machen wir drei einzelne. Eins, zwei, drei und zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei und zwei. Jetzt schließen wir wieder die Reihe. Und auf die nächste Reihe wird eine Luftmasche gemacht und dann werden alle feste Maschen gestrickt, wie sie kommen. In dieser Reihe nehmen wir nichts zu. Wir häkeln einmal immer eine feste Masche in die untere feste Masche. Ihr seht nun, wir haben einen Kreis, der sich langsam anfängt nach außen zu wirken. Wir haben jetzt die ganze Zeit von außen gehäkelt. Jetzt machen wir eine Luftmasche und drehen es einmal herum. Und hier können jetzt eine Reihe, wie die Maschen kommen, aber sozusagen auf der Innenseite. Weil unser Cupcake soll sich ja jetzt langsam nach oben wölben. Und da rum. Wie gesagt, eine Reihe sozusagen auf der linken Seite. Noch als kleiner Tipp, wegen der Füllwolle. Also ich kaufe nicht im Bastelgeschäft so ein 500 Gramm oder Kilo Paket. Ich gehe dann immer in ein Möbelhaus oder in ein anderes Geschäft aus Schweden. Und kaufe mir einfach ein großes Kopfkissen 80x80, was gefüllt ist mit der Füllwatte. Und benutze das, wenn ich mehr mache, als Füllung. Das ist wesentlich günstiger und meine hat gleich mehr. So, jetzt haben wir gleich die Reihe geschlossen. Und es geht nach oben, wie ihr seht. In die erste wieder unsere Schlaufe ziehen und durch die hintere. So, jetzt eine Luftmasche und wir drehen es wieder auf die richtige Seite. Und jetzt machen wir wieder eine Reihe, genau wie die Maschen kommen. Also in jede feste Masche eine feste. Zur Zeit nähe ich noch nebenbei aus bunten Stoff, Katzen und Eulen und Füchse und Eichhörnchen. Und halt rolle ich. Und da brauche ich dann auch immer viel Füllwatte. Und die benutze ich dann auch mit. Und teilweise fülle ich dann auch die Tiere, die ich nähe, mit Kirschkernen. Was dann immer sehr die Kinder freut. Nicht nur als Wärme- oder Kältepackung, sondern einfach zum Schmusen. Die finden das ganz lustig, wenn da keine Kirschkerne drin sind. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das geht, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Und dann würde ich euch das zeigen. So, jetzt haben wir die Reihe auch gleich wieder geschafft. Zum Schluss noch eine feste. Und unsere Schlaufe. In dem Cupcake habe ich dann noch eine weiße Reihe reingemacht mit einer tiefer liegenden Masche. Das liegt dann bei euch. Ob ihr das möchtet, dann müssten wir jetzt noch mal hier zwei Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir drei feste und dann zwei in eine. Drei einzelne. Eins, zwei, drei. Und dann wieder zwei in eine. Also wir nehmen in dieser Reihe das erstmal wieder zu. Eins, zwei, drei. Und zwei in eine. Eins, zwei. Nochmal eins. Zwei. Drei. Und zwei in eine. Eins, zwei. Drei. Zwei in eine. Gleich haben wir es geschafft mit der Reihe. Und dann wechseln wir mal die Farbe. Und machen die weiße Reihe rein. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, macht ihr es. Wenn ihr dann lasst es. Und häkelt dann die nächste Reihe halt wieder weiter in Rot. Wir schließen die Reihe wieder mit unserer Schlaufe. Jetzt nimmt der Boden schon seine Form an. Jetzt nehmen wir die weiße. Wir legen einfach die weiße drüber hin und ziehen sie durch. Und die rote, wir schneiden auch den Faden nicht ab, der bleibt da einfach hin. So, jetzt machen wir eins, zwei Luftmaschen. Und dann häkeln wir vier. Eins, zwei, drei, vier. Und die nächste wird nicht in die obere feste Masche gestorben, sondern eine tiefe und wir bleiben ganz locker. Wir ziehen nicht fest. So, jetzt kommen wieder vier in die oberen festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Und die fünfte in die darunterliegende. Und nicht ziehen ganz locker, sonst ruiniert man sich das Muster. Eins, zwei, drei, vier. Das ist auch immer ein wunderschönes Muster, wenn man eine Mütze strickt und wir ein bisschen was einbringen, was anderes. Es ist ganz, ganz einfach. Aber sieht toll aus. Hier und in der Unterdeel. Eins, zwei, drei, vier. Und da runter. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Und da runter. Eins, zwei. Damit das besser aussieht, können wir nochmal einmal da runter gehen und ziehen uns eine. Wenn es nicht ganz aufgeht, das macht gar nichts. So, die Weiß lassen wir jetzt wieder hängen. Ihr seht, wir haben jetzt schon so ein kleines, schönes Töpfchen. Jetzt wechseln wir wieder in die Rot. Einfach den Faden nähen. Durchziehen durch die Weiß. Und die Weiß einfach nur festziehen. Die würden wir dann hier abschneiden, ein bisschen großzügig, weil wir es noch vernähen. Zwei Luftmaschen. Dann häkeln wir die Reihe, wie sie kommt. Einmal drüber hin, wie die Reihe kommt. Und in der nächsten Reihe häkeln wir sieben feste Maschen. Und in der achten nehmen wir zwei Stück zu. Und das machen wir jetzt erstmal. Jetzt kommen die letzten zwei Reihen. Wir machen zwei Luftmaschen. Und stricken dann immer die Reihe, wie sie kommen. Also wir nehmen jetzt nicht mehr zu. Wir machen nur jetzt noch ein bisschen Höhe. Und häkeln, nicht stricken, Verzeihung. Häkeln. Zwei Reihen. Und dann wäre unser Boden fertig. Wir schließen nun die letzte Reihe. Wir ziehen uns wieder eine Schlaufe. Und durch die hintere. Und dann wird großzügig abgeschnitten. Und einfach durchgezogen. Das ist alles. Und das wäre jetzt unser Unterboden. Für den Muffin. Wie gesagt, wir brauchen ja zwei Teile. So, jetzt nehmen wir die weiße. Und schlagen vier Maschen an. Eins, zwei, drei, vier. Hinein. Und zu einem kleinen Minikreis gezogen. Zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und wir machen jetzt acht feste Maschen in diesen Kreis hinein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und schließen den wieder. Also aus der oberen Luftmasche eine Öse raus. Und durch die letzte zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und jede kommen jetzt zwei feste Maschen. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und wir holen unsere Öse aus der oberen Luftmasche und ziehen sie durch. Jetzt haben wir schon wieder den ersten Kreis. Jetzt dasselbe wie beim Unterboden. Zwei Luftmaschen. Jetzt machen wir eine, die erste feste. Noch eine. Und in die dritte dann zwei. Also eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Zeig's nochmal. Eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Gleich haben wir die Runde auch fertig. Eins, eins. Eins, eins. Eins. Zwei. Und wir schließen wieder mit einer Schlaufe. Zwei Luftmasche. Zwei Luftmasche. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Und dann erst zwei. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Und zwei in die nächste. Eins, zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Und zwei in die sechste. Eins, zwei. Jetzt kriegen wir die nächste. Eins, zwei. Zwei. Drei. Und wir schließen. Also ihr nehmt dann nicht extra der Nummer zwei. Wenn es nur noch drei, vier Maschen sind. So. Zwei Luftmaschen. Jetzt seht ihr, dass wir eine leichte Rundung haben. Wir häkeln jetzt eine Reihe darauf, ohne zuzunehmen. Also in jede feste Masche eine feste Masche hinein. Das Käppchen wird als größer. In der nächsten Reihe machen wir fünf feste Maschen. Und in die sechste dann zwei. Also eins, zwei, drei, vier, fünf und zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf und zwei. Und darauf die Reihe häkeln wir wieder, wie es kommt. Und das machen wir zuerst einmal. Als nächstes das gleiche von vorne. Wir stricken und häkeln fünf und dann wieder zwei und eine. Eins, zwei und dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf und dann zwei und eine. Und auf diese Reihe häkeln wir dann nochmal in jede Masche eine. Also eine Reihe ohne Zugabe. Als nächstes nehmen wir dann in jeder zehnten Masche zu. Also wir häkeln neun feste. Und in der zehnten machen wir da zwei hinein. Und auf diese Reihe kommt dann bitte noch einmal eine Reihe feste Maschen. Wie sie kommen ohne eine Zunahme. Und darauf machen wir dann den Sahnekranz. Hier die Bordüre. Und das zeige ich euch dann. Mit den festen Maschen sind wir jetzt fertig. Jetzt machen wir noch eine Reihe den Sahnekranz oder die Bordüre. Wir nehmen eine Luftmasche. So. Und dann müssen wir Stäbchen machen. Wir lassen eine feste Masche frei. Nehmen die nächste. Und in diese feste Masche machen wir vier Stäbchen. Auch das habe ich in der Hegelschule gezeigt, wie das geht. Vier. So. Und in die nächste feste Masche machen wir eine feste Masche. Also wir ziehen richtig. Dann lassen wir wieder eine frei von den festen Maschen. Gehen in die nächste und machen vier Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. In die nächste feste Masche eine festgezogene feste Masche. Richtig schön feste machen. So. Eine freilassen. Vier Stäbchen. Eins. Zwei. 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 durch die hintere und schneiden das großzügig ab weil mit dem faden müssen wir dann die zwei teile zusammen nehmen das zusammennähen und fertigstellen füllen und die kerze zeige ich euch dann im nächsten video weil das ist so die grundform von dem muffin vom cupcake das kann man immer wieder benutzen und wenn man jetzt die kerze machen möchte oder die blume oder die dekoration oder die kleine erdbeere wie gesagt zeige ich euch dann im einzelnen video dafür dass dann nur noch anklickt und nicht immer suchen muss so ich hoffe das hat euch erst mal gefallen und bis zum nächsten mal